Wenn du momentan niedergeschlagen oder bedrückt bist, dann habe ich eine super Ermutigung für dich. Und zwar einen Musikclip. Ein Lied von einem amerikanischen Künstler und Sänger namens Kirk Franklin. Vielleicht hast du schon mal was von ihm gehört. Ist in christlichen Kreisen USA eigentlich recht bekannt. Und der hat ein Lied geschrieben, was wirklich das Potenzial hat, dich zum Lächeln zu bringen und dir herauszuhelfen aus deinen trüben Gedanken. Ich lade dich ein, dir dieses Lied einfach einmal anzuschauen. Wir haben es verlinkt auf unserer Seite und auch gleich den englischen Originaltext, wenn er dich interessiert und die deutsche Übersetzung dort für dich vorbereitet. Schau dir das an, dauert fünf Minuten und ich bin sicher, absolut sicher, dass du dadurch gesegnet wirst. Wenn du darfst wissen, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!